Mein Name ist Cem Özdemir. Ich will Spitzenkandidat von Bündnis 90 Die Grünen werden. Was treibt mich an? Ich will, dass unser Land konsequenter als heute die ökologische Modernisierung vorantreibt. Das sind wir den nachkommenden Generationen schuldig. Und nur so wird unsere Wirtschaft auch stark bleiben. Ich will, dass jedes Kind und jeder Erwachsene in Deutschland eine faire Chance hat, seine eigenen Träume zu verwirklichen. Wer aber einmal in Not gerät, soll nicht in Armut hängen bleiben. Ich mache Politik, weil unsere Kinder in einem weltoffenen Deutschland und in einem solidarischen Europa aufwachsen sollen. Das heißt für mich, dass aus Ausländern Inländer werden, denen Deutschland und Europa zur Heimat wird. Es heißt für mich aber auch, dass wir die offene Gesellschaft und die Demokratie gegen Rechtspopulisten, Neonazis und Salafisten verteidigen müssen. Mir geht es darum, dass wir mit einem entschlossenen, frischen Wahlkampf auch all diejenigen erreichen, die heute zwar grün ticken, aber uns noch nicht wählen. Denn ihre Unterstützung brauchen wir auch, damit die ökologische Modernisierung in einer künftigen Bundesregierung wieder eine starke Stimme hat. Dafür brauche ich eure Unterstützung bei der Urwahl. Vielen Dank.